In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Limettentarte schnell und einfach auf deinem Grill zubereiten kannst. Viel Spaß dabei! Für die Limettentarte brauchen wir einen Boden. Für den Boden habe ich hier Butterkekse, schon mal ein bisschen klein gemixt. Dann braucht man da noch Butter dazu, die kommt hier einfach rein später. Dann brauche ich so gezuckerte Kondensmilch, die so ein bisschen dickflüssiger. Dann brauchen wir natürlich Limetten, den Abrieb von der Schale und den Saft. Dann ein bisschen Joghurt oder Sauerrahm oder Quark. Dann brauchen wir noch ein bisschen Stärke und ich habe hier noch ein kleines bisschen Vanillezucker mit reingemacht. Als allererstes nehme ich die Butter und löse sie auf dem Grill auf. In der Zeit, wo die Butter schmilzt, nehme ich mir die Kondensmilch, gebe die hier in die Schüssel. Gebe hier dann mal einen Joghurt dazu. Gebe hier ebenfalls die Stärke und den Vanillezucker dazu. Verrühre das Ganze dann schon mal gut. So sieht die Masse jetzt aus. Jetzt brauche ich nur noch den Limettenabrieb und den Saft. Dafür nehme ich mir einfach eine Microplane und reibe das hier rein. Wenn ich die Schale abgegeben habe, die Limetten halbieren, einfach auspressen. So sieht die fertige Masse jetzt aus. Jetzt muss ich nur noch den Boden fertig machen. Wenn die Butter dann aufgelöst ist, dann gebe ich die zu den Keksen dazu. Verrühre das Ganze dann gut. Wenn man die Butter und die Kekse dann gut verrührt hat, dann nimmt man seine Form. Ich habe hier so eine Terrinenform. Gibt die Masse dann da rein. Die Keksbuttermasse dann gut andrücken. Das gebe ich jetzt so für 20 Minuten in den Kühlschrank, damit das ein bisschen fest wird. Und dann machen wir weiter. Ich habe die Form jetzt wieder aus dem Kühlschrank rausgenommen. Nehme mir meine Creme. Und fülle die hier in die Form ein. Die Form einfach hochnehmen und von unten ein bisschen klopfen. Dann verteilt sich das Ganze recht gleichmäßig. Oder man nimmt die ganze Form und kloppt sie einfach so aufs Brett. Dann sieht man, dann hat man schön gleichmäßig die Masse verteilt. Und so gebe ich das Ganze jetzt bei 200 Grad auf den Grill für ca. 15-20 Minuten. So 20-25 Minuten sind jetzt um. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Es sieht gut aus. Und ich werde die Tarte jetzt so runternehmen. So sieht die Tarte jetzt aus. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen auskühlen. Und dann probiere ich mal ein Stück. Ich habe die Limettentarte jetzt über Nacht auskühlen lassen. Sie sieht eigentlich gut aus, finde ich. Ich fand mit dem Boden, das war die richtige Entscheidung. Weil sonst wäre das ja fast doppelt so groß gewesen. Aber ich schneide die Tarte jetzt mal an. Und dann probieren wir mal ein Stück. So sieht die Schnittfläche aus. Ich finde das eigentlich sehr gut. Ich habe einen schönen, kräftigen Limettengeschmack. Man merkt auch ein bisschen von der Säure. Da kommt eine gute Frische durch. Ich dachte vielleicht mit dieser Kondensmilch, dass das nicht ganz so toll ist. Aber es ist ein super Rezept und ist auch recht einfach umzusetzen, finde ich. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.